Oh, Alonso holt auf. Dann noch Regen. Fahrer hinter mir. Puh, das ist schon warm hier. Ich muss sagen, Baza fährt mit Lenkrad, mit allem Drum und Drang. Ja, hilft aber nichts. Oh, ich habe aufgeholt. Ich fahre mit Controller, Timers auch. Ja, halt, halt. Also wenn er fährt. Ich bin grad rum. Daimaster schaust du... du schaust geradezu, ne? Das ist rausgefahren. Komplett raus? Ja, komplett raus. Ja, ich dachte, du kannst wieder reinkommen oder so. wir können normalerweise auch für ein paar und einladen ist viel angenehmer wenn man kein vorein hat oder hinterein hat man irgendwie angenehmer und schneller aber ich sehe auf jeden fall den nächsten wagen vor mir ist schon der allein okay vielleicht geht sogar der es wird werden träumchen leider nicht schade was ist denn mit dem ich bin richtig angespannt hier du im Oh Pascal, ich hab dich gleich. Ich bremse jetzt viel zu früh, weil ich denke, ich fahre ihn wieder drauf. Dadurch verliere ich auch Zeit. Ich fahre langsam in der Kurve, scheiße. Aber der ist, jetzt habe ich ihn. So, jetzt ist Van Dorn dran. Fahrer vor mir. Und ich hab mich gedreckt. Ich kann nicht anfahren, ohne durchzudrehen. Bist du gerade überrundet? Ja. Scheiße ey. Die sind viel schneller. Jetzt ein Safety Car, das könnten wir gebrauchen. Aufmischung 2. Nein. Auto kaputt. Schartig. Faser hat die Tests verlassen. Aufgeh. Ah, jetzt fahre ich alleine hier nur noch. Ja. Auto in die Mauer. Warum? Ausgerutscht. Hinterachse weggerutscht. Ja, okay, es fängt gerade an zu regnen, ne? Da ist mein Setup natürlich jetzt richtig scheiße für. Ja. Ich hatte Supersoft. Ja, ich hab die gelben. Ich glaub, das ist auch Supersoft, ne? Ne, die, äh, lila sind Supersoft. Okay. Die der Bottas aufhört. Von der Stopp. Auf jeden Fall. Vor meinem Teamkollegen bin ich auch schon wieder. Ja. Na, der Hamilton fährt natürlich nicht Supersoft. Fuck. Ich muss mich konzentrieren, ey. Wasser auf mich. Strom. Das hat das Spiel. Nein. Das muss ich hin. Das muss ich hin. Oh, Regen. Ich hab ja gar keinen Bock auf Regen, ey. Das muss ich hin. Da ist ja. Das ist ja. Das ist ja nicht so, ich hier. in der nächsten Runde habe ich dich ich muss nicht mehr fahren Hauptsache ich kriege Punkte heute noch das wäre geil ich weiß ja nicht wie ich im Regen fahre keine Ahnung weil ich glaube Monaco werde ich nicht beenden durch die engen Kurven ja ich glaube ich crash da sowas von Monaco beende ich nicht keine Chance ich habe so eine kleine Taktik in Monaco wie Schaum das könnte viel helfen ich bin mehr Romant Oman er hat und nicht im Moment dass sie gerade vielleicht konnte ich die Schuhe das sollte bestimmt staats hätte ich nur ein bisschen gewartet ne von dawn gehabt jetzt ist hütenberg krank und bei dir steht groß buxen stoff bei mir auf dem lenkrad da sehe ich buxen stoff aufleuchten ja 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 aber ich habe das dienst blieb gefext soll ich nicht einladen ja das ist ja der arsch das ist ja auch nicht beendet wie ich oh jetzt habe ich zwei platz verloren ich wäre vorbei gewesen dann dreht er mich der arsch ich lad dich mal einen teil machte ich kann dich ja nicht einladen wir sind ja nicht freunde auf steam ich kann teilweise leider nicht ein er kann dir vielleicht sechs ins nacht schon ah shit gut gefahren gut gefahren ich will hier gerade alles gut gefahren gut gefahren statt jetzt 14 da zu sein verlegt abstand auf platz 15 vielleicht kommt noch alonso ne der ist noch ein bisschen weiter weg ne außerdem es kommt erst erst kommt wer lang ja erst kommt wer lang sechs sekunden habe ich vorsprung auf den auf wer lang ja weil der alonso passt eben gerade voll hinten drauf echt ja die zwei kommen zusammen so da bin ich wieder da es ist es ist nicht die 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 dort schon jetzt gibt das jetzt gibt das und ząd mitnehmen zwei leute auf einmal ne ne schon drin zwei leute auf einmal Tieter der Wacker und mit mehr der Euro ja wohl die Kollege also was auch ganz nicht einladen ich hab dich ja nicht in der Freundesliste das ist natürlich praktisch jetzt die könnte es vielleicht im Alex nach der Wattes nun an die Erinnerung doch das oh man ey genau so hab ich gesagt das letzte Mal auch gemacht Tara vor mir wie kann ich hier ne achso kann ist echt schwer mit diesem Satz Reifen im Regen im Regen zu fahren ey ich hab vorne links hab ich schon 41% oh gut ich hab schon mit 18% kurz oh gelbe Flagge Sektor 1 was da los nicht ich ne du bist ja schon raus oh der da ist Stroll ist raus oh du fährst gerade vor ja ah der steht ja ganz rechts ja der steht ganz rechts easy easy bürün eigentlich müsste ich meine Reifen wechseln ja ich gucke mal wer schon zu äh die Nasse äh keiner fährt auf die Nasse ne also mir wird angezeigt ich soll die roten aufziehen alle viele fahren schon auf rot Bottas auf rot Hamilton auf rot einer fährt noch mit super soft im Regen naja viel spaß Vettel wieso was ist mit dem er fährt mit super soft im Regen ja gut ist ein leichter Schauer ne ich weiß jetzt nicht wieviel das ausmachen könnte warte an oh alle time was sich bei betreten ja nein dann kannst du den komischen Vettel vielleicht nachgucken er wiedergucken aha vor mir wer ist denn vor mir äh Magnuson der ist aber weit vor dir der ist sehr weit vor dir ich hole 5 Sekunden auf ihn auf das kann nicht sein mit dem Satz Reifen wow ach so ja Magnuson fährt auch gelb oder ah ja die nimmt sie auf alter ja wie langsam fahren die die dann angekommen auf da ja im Moment ich müsste Okay. Aktuelle behalten. GHS ist deaktiviert. Und jetzt... Und jetzt... Im Boxenstaub ausrutschen. Ja! Das war knapp. Ha! Puh! Fass die Mauer vom Boxenstopp. Aber sind alle... Loll, Hülkenberg fährt auch rein. Oh, die setzen Regenreifen auf. Äh, ich hab' rot. Sie haben Regenreifen auf. Ja, ich weiß. Ich hätte auch ändern können, aber ich hab' jetzt... Hab' mich jetzt für rot entschieden. Äh... Rot, rot... Ja... Der Vatel ist noch der... Ah ne, er wechselt auch jetzt. Wäre ich eine Runde länger draußen geblieben. Wäre gut möglich gewesen, hätte ich... wenn ich dann in die Box gegangen wäre, dass ich dann... äh... besser einen Vorsprung gehabt. Ich habe aber einen guten Team, Kollege. Der Wunder stoppen ist vierte. Alter, ich muss Benzin sparen. Scheiße, ey. Aber ich kann kein Benzin sparen hier grade. Muss ich mal eine Runde Mager fahren. Ja, äh... Ist nicht einfach mit roten Reifen hier grade. Nein. Ich hätte doch in der Mediens vielleicht aufsehen sollen. Scheiße. Ja. Was viele haben jetzt. Ganz... Ja. Alle haben was. Grün, 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 grün. Grün. Einer fährt nicht auf Grün. Und er ist natürlich Erster. Und er heißt Hamilton. Weil er kann sein, dass er noch nicht in der Box war. Er fällt grade rein. Ja. Welten, er wechselt auf Grün? Kann gut sein. Und er wechselt auf Grün. Scheiße, ey. Als ich wieder auf Rot fährt und ich rutschte hier jede Kurve, ey. So, jetzt sieht man doch wieder was bei mir. Mein Gott. Wenn du auf die zweite Kamera-Typ gehst. Das wechselt durch immer. Für dich. Wenn du das willst. Aber gleich wieder auf Standardstellen, ey. Mhm. Go, go, Alex. Was? Scheiße. 18 von 29. Jetzt sagen wir, ich soll an die Box wegen Intermediens. Leck, komm, joey. Gut. Das passt, ja. Und jetzt in den Boxen-Shop rein. Ne. Neitbar. Nur wenn ich's für nötig halte. Mhm. Komm schon, hol auf hier jetzt. Mensch. Zehn Minuten Regen. Ja, lecko, Mio. Ja, für Spaß. Da kann's zu wechseln gehen. Ich sollte lieber wechseln, glaube ich, oder? Das sind nur zehn Runden. Fuck. Ich rutsch raus. Ja. Aber vor mir fährt der zwölfte. No. Und er soll, ciao, ciao. Alex. Wir bene, wofür Du wisst, immer noch mehr Koordin. Ich mache mich, okay » Ich habe mich keine Rufe. iska Grund. Man, ichide es mal nur. Ich werde das auch mein Ding, ja. Es geht ...